Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ihre Kinder werden über Nacht bei uns bleiben. Wir müssen einen Weg finden, die Rote Armee zu benachrichtigen. Wenn die deutschen Soldaten das mitkriegen, dann fackeln wir uns das ganze Dorf ab. Die Deutschen sind auf jeden Fall anständiger als deine Genossen. Katja hat recht, Martha. Prost! Wenn ich vor uns so weit gegangen bin, dann tut mir das leid. Wir brauchen Ihre Hilfe. Die Mörderin erhält nur Ihre gerechte Strafe. Runter mit der Waffe! Ich ergebere mich. Dampfen, Feiglinge! Dampfen, Feiglinge! Jetzt ganz neu, das Personal Power Plant als Multimediastation. Und auch neu, die absolut schicke Lava Lampe. Wir sind es, die die Energiekrise bewältigen werden, aufgrund der Personal Power Plants. So wie es aussieht, das Energieproblem der Welt gelöst. Ich will, dass du die Leute zu den Trips interviewst. Und ja, es sollen positive Meinungen sein. Mo wird mein Kameramann bei dem Bericht für die Triple P's. Ich bin schon auch ein bisschen stolz. Schließlich ist es die Firma meines Vaters, die PPPs entwickelt. Wie genau funktionieren die eigentlich? Den interessiert das schon. Was bitte soll das denn sein? Was genau sind diese Trips? Ich bin schwanger. Wenn dir was an deiner Freundin liegt, dann siehst du, dass du dieses Scheißzeug los wirst. Es gibt gewisse Stimmen, die haben Bedenken bezüglich der PPPs. Wenn du eins der Dinge irgendwie leckt, kommt irgendein Dreckszeug ins Grundwasser. Du hast eine Aufgabe bekommen und jetzt erfüll die. Aber ich bin bei meiner Recherche auf unfassbare Dinge gestoßen. Damit müssen die zur Polizei gehen, da können wir die nicht hängen. Zusammen mit Sicherheit, die Kamera aus. Ja, ja, schon gut. Die Kamera. Ich wurde mit einer Waffe bedroht. Sie wollten mich umbringen. Unsere Väter? Ja, sie arbeiten doch auch sehr gut zusammen. Halt deinen Maul! Ich bin klar. Vielen Dank.